Jetzt mischt auch Yvonne Wölke mit. Für Peter Klein gab es bei Promi Big Brother 2023 eine echte Überraschung. Auch seine Noch-Ehefrau Iris Klein ist in den Container gezogen. Nun sitzt das ehemalige Paar, das sich seit Monaten eine mediale Schlammschlacht liefert, rund um die Uhr aufeinander. Grund für den Rosenkrieg zwischen Peter und Iris ist Yvonne Wölke. Mit der soll Peter Anfang des Jahres eine Affäre in Australien gehabt haben, als er als Begleitung von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis mit nach Down Under gereist ist. Das wirft ihm zumindest Iris vor. Sowohl der Schlagersänger als auch die Schauspielerin wehren sich jedoch vehement gegen die Vorwürfe und betonen immer wieder, nichts miteinander gehabt zu haben. Das betonte Yvonne in der Promi Big Brother Live Show nun erneut und wetterte mächtig gegen Iris. Ich bin wirklich entsetzt und schockiert und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person noch so eine Plattform gibt und dass sie immer noch diese Lügengeschichten verbreiten kann. Sie zeckt sich wirklich in jede Sendung ein und veröffentlicht ihre Lügengeschichten. Yvonne wolle nicht als Ehebrecherin dastehen, betonte aber gleichzeitig weiterhin eng im Kontakt mit Peter zu stehen. Wie es zwischen Iris und Peter weitergeht und ob Yvonne auch weiterhin Thema im Container bleiben wird, sehen die Fans bei Promi Big Brother und Promi Big Brother Die Late Night Show täglich live in Sat.1 und auf Join. Zudem läuft der Promi Big Brother 24 Stunden Livestream rund um die Uhr live bei Join+. Hallo, mein Name ist Peter Klein und ich bin dabei bei Promi Big Brother 2023. Folge verpasst? Kein Problem, schaut einfach nach kostenlos auf Join. Begr trailers долine. iu-. oe-. o-. o-